Hi, I'm Putt-Putt. Komm, join me on my adventure. I'm ready to go. Better get ready. Ähm, ja, also erstmal, das hier ist jetzt so eine Alflash-Game, das ist von Steam. Das hat nicht viel gekostet. Das hab ich mir einfach mal gekauft, weil ich hab da von jemandem was gesehen und ich wollte das unbedingt auch mal spielen. Und jetzt spiel ich das Ganze und nehm das Ganze noch auf und mal schauen, wo uns das Ganze hinbringt. Also fangen wir mal direkt an. Was kann man denn hier so machen? Boah, eine Zahnwurst. Was? Was? Das Spiel ist so dumm. Okay. Der nimmt statt Milch Öl. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Ganz ehrlich. Aber okay. 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 Ihm für alles zu schmecken, na dann. Was ist diese Flie? Ich möchte diese Fliege töten. Fliege, stirb! Fliege. Fliege. Please. Please. Fucking Fliege. Jetzt stirb! Okay. Ganz konzentriert, ganz konzentriert, ganz konzentriert, ganz konzentriert. Fucking Fliege? Bitte. Okay, kann sie nicht töten, na dann. Dann sprech mal mit dem Frosch. Oh, kann der die essen? Oh, yeah. Hm, geil. Könnt ihr voll den Beat machen? Okay, ziemlich fancy, aber wir haben ja jetzt alles gemacht. Brush your grill with Toothpaste. Toothpaste is the one to make your smile sparkle in the moonlight or the sun. Was? Was ist mit diesem Spiel los? Oh, okay. Okay, okay. Es gibt Blumen, die sich küssen. Ist normal, oder? Ist normal, ja. Haut man sich noch keine Sorgen zu machen. Und saugt er gerade an dem Baum? Aber was macht dieser Wurm? Der Wurm hat eine... Ah, okay. Er wurde auch zum Schmetterling. Klar, klar, klar. Innerhalb von drei Sekunden. Natürlich. Also hier wird dem Kinder was beigebracht. Ich wundere, wie ich über die Kühe komme. Okay. Ja, weiß ich doch auch nicht. Geh doch einfach weiter. So. Ich bin nicht der. Du musst doch bestimmt auch mal kacken, oder so. Ja! Ja, ich wundere, wie ich hier bin. Ich hätte es ja auch nicht außenrum fahren können. Nope, das ist nicht möglich. Well, hello, Pot Pot. Here to sign up for the parade? Yes, sir, Smokey. Great. But there's a few things you'll need to do, before you can join the parade. Two hours later. Hey, Smokey. Do you know where I should go to Mulan's today? Try Red Street first. Okay, okay, okay. Feuerwehrwagen sprechen kann, na dann. Wenn es sonst nicht weiter ist. Sorry, little fella. You're gonna need to put three coins in the slot, before you can drive through Cartown Colors. Ja, ja, mi, 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 mi. Three coins. Sehr gut, fick dich. Fahr ich jetzt weg? Ja. Oh, okay. Okay. Wir haben Zeit. Jetzt ist es auch mal gut. Jetzt kann ich cross. Neben dem blauen, die grünen und den roten Weg. Bestimmt hat dir das Smokey gesagt. Ich habe dir nicht so. Ich kann den Birds nicht wehtun. Nee, 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 nee. Ich kann genau sein. Ich kann das. Nee, 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 nee. Red Street. Smokey sagt er sich da Monster mow. Ja, klar, klar, natürlich. Klar, die kommen einfach so angesprungen, da klaut die sich einfach mal. Richtig nice. Was passiert? Einfach nochmal dasselbe. I need help. Ah, ich soll zum Toystore oder was oder? Nein, ich verstehe, ich bin nicht. Was könnte denn sein? Was? WTF? Ist in Ordnung, ich möchte es nicht hören, ganz ehrlich, mich juckt es einfach nicht. Haltet eure Klappe. Bitte, mich juckt es nicht. Ja, ist ja ganz toll. Boah, ich bin richtig begeistert. Wow. Kann ich mich verpissen oder so? Nö. Ich muss mir das jetzt irgendwie anhören. Wie die irgendwie anhören, so eine Scheißenlabe, die mich gar nicht interessiert. Was ist das denn bitte für? Ja, ist in Ordnung, Hund, ist in Ordnung. Ich verstehe es. Ja, ich kann dich vollkommen verstehen, Hund. Alles gut. Oh, mich juckt nicht, wieso der Wolf? Jetzt ist meine Kopfhörer untergeflogen. Hä, wieso kann ich ihn nicht weg? Ach. Ich hätte die ganze Zeit weggekonnt. Wollt ihr mich verarschen? Wir sind jetzt wieder und haben diesen wundervollen Magneten geklaut, weil wir kein Geld bezahlt haben. In dieser Stadt gibt es zwar Coins, aber Putput denkt sich so, nö. Wir klauen mal ein paar Sachen und jetzt haben wir das und können die Nägel damit entfernen. Wow. Now it's safe to drive. Now it's safe to drive. Guck mal, wird den Kindern noch was beigebracht. Also, wenn ihr in ein Auto seid, nimmt immer so einen Magneten mit. Falls Nägel irgendwie auf der Straße rumliegen sollten, einfach so aus Spaß. Soll ich sein Rasen mähen? Oh, das macht richtig Spaß. Wow. 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 Ist voll toll. Wirklich. Wirklich. Spielt dieses Spiel. Es macht richtig Spaß. Ich sag's euch. Richtig geiles Spiel. Hm. A bone. I'm all finished. The lawns never looked better. Here. Have a coin. Thank you. Wow, wir haben ne Coin. Wir haben ne Coin. Dafür bekommen wir ja nicht den fucking Rasenzwinde genäht. Genäht. Gemäht haben. Wow. Wow. Richtig geiles Spiel. Richtig lustiges Spiel. Boah. Richtig nice. Klopfen wir noch an die Tür von 3. Jetzt redet der mit so einem Akzent. Ich glaub's nicht. Sorry to bother you. I gotta go. Ne, ich will mehr jetzt nicht sein. Den Rasen hab ich keinen Bock mehr drauf. Also wir haben jetzt schon ne Coin geerntet. Aber ich würd sagen, das reicht jetzt auch erstmal. Das war genug Put-Put für mich. Ähm. Wenn ihr irgendwie Bock auf nen zweiten Part oder so davon habt, dann schreibt mir das in die Kommentare. Und gebt diesem Video einen Daumen hoch. Ähm. Ich werd vielleicht demnächst noch mehr von diesen komischen Spielen spielen. Wenn ihr da irgendwie eins habt, was noch so scheiße ist wie das hier, dann könnt ihr mir das auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt, dass ich das spiele. Und dann würd ich einfach mal sagen, beende ich dieses Video an dieser Stelle. Ähm. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Haut rein. wärす appointment sind sie dann stark auf dieser Seite sieben? Bis zum nächsten Mal.